Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute mit einer weiteren Folge Minecraft. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. So, oder sollen wir weiter gucken? Tja. Also Tiere hätten wir hier, so wie es aussieht. Wir hätten ja hier auch Lava. Au, 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 au. Au, 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 wer hat mich denn da angesteckt? Was war das denn? Ah, hier wahrscheinlich habe ich mich angesteckt, gar nicht gesehen. Okay, kann ich nicht ausmachen. shit feuer egal so dann müssen wir hier die ganzen bäume weg machen wir müssten das hier weg machen ja ich glaube ich schlafen erstmal oder so erstmal haja popo machen direkt am anfang des videos ich weiß nicht ist schon schön hier aber die bäume gefallen mir nicht so und die lava ja man könnte sie nachher mit einem bass allerdings könnte man hier dann obsidian draus machen könnten ja mal versuchen wir fangen einfach mal an das pluppert das pluppert holz brauchen wir sowieso ums haus zu bauen alles sei egal was für ein holz oder habe ich irgendwo erde hier habe ich erde tauschen wir mal kurz wollte er es nicht so ich wieder oben die spitze kommen holz hier noch ich würde ja sagen wir machen hier um das um die lava machen wir am besten einen zaun sonst falle ich da jedes mal rein ich kenne mich ich wollte eigentlich springen bleib doch stehen ich glaube der baum ist ziemlich hoch oder ach verdammt warum kann ich nicht die ganze scheiße nervt hier so wie hoch ist ja immer noch höher so jetzt müsste man aber eigentlich alles bekommen hier so weg damit jawohl so heute abend wollten wir eigentlich auch minecraft zocken also im livestream so der der gerne dabei ist kann gerne dabei sein würde mich freuen wenn genug leute da werden ich glaube ich bin wieder voll oder kann das sein ich glaube ich mache mal hier hier mache ich mein bett hin hier mache ich meine werkbank hin dann machen wir noch schnell dann machen wir noch schnell eine eine äh Dings oh ich glaube das reicht gar nicht oder Scheiße okay okay nope es reicht nicht muss ich erstmal noch welche man hier so hoops so jetzt müsste eigentlich reichen wo haben wir es dann wo haben wir es dann das hier truhe ich kam nicht auf den namen aber weil einfach lost lost stürme so kann ich wenigstens hier mal ein bisschen äh mein inventar lernen gut das brot könnten wir mal hier lassen das hier könnten wir eigentlich mal schon mal brennen also ich komme auf manche sachen komme ich irgendwie gar nicht das brauchen wir nachher so fischi ein sattel kennt man später auch mal gebrauchen das weiß ich noch nicht das weiß ich noch nicht die ganze keramik ich denke mal manche sachen kann man schon was geiles draus machen kürbis so das hier noch hier rein so jetzt habe ich wenigstens mal wieder ein bisschen platz um sachen einzusammeln so den baum hier noch weg ich weiß ja nicht mal ob der platz reicht hm gute frage ich muss mal überlegen oder wir bauen da hinten den bauen wir ja auch mal noch grad ab sind ja nur noch reststamm hier hier hinten irgendwo bauen ein bisschen weiter weg von der lava sind die ganze tiere jetzt hin auch dahin hinsicht kühe so dann tue ich mal ein bisschen hier abbauen bis gleich das ist die 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 Hä? Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir mal schnell schlafen. Oh, scheiße. Oh, nein. Jetzt habe ich noch nicht mal geschlafen. Irgendwas höre ich da. Leider bin ich eben gestorben. Ach Gott, was mache ich denn? Oh, oh, ich verpisse mich lieber. Oh Mann, geht ja alles schief. Ich wollte eigentlich gerade schlafen gehen. Da war der Skelett. Ach so, ja. Ich könnte kotzen. Jetzt finde ich wahrscheinlich mein Dings nicht mehr, wo ich vorher war. Aber normalerweise müssen wir doch da wieder spawnen, wo man als letztes geschlafen hat, oder? Ich verstehe das irgendwie nicht. Mein Oh Mann, Oh Mann. Ich könnte kotzen. Echt? Ach, ich habe jetzt kein Dings dabei. Komm, geh kaputt. Ah, wo war ich denn jetzt nochmal? Wieso spawn ich einfach nicht da, wo ich gestorben bin? Ich verstehe das nicht. Und ich weiß nicht mehr, wo es jetzt war. Oh, oh. Oh Mann. Vielleicht finde ich es ja nochmal. Es muss ja schon irgendwo am Wasser gewesen sein. Es ist einfach zu dunkel. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht. Ich glaube schon. Ja. So ein Mist. Ach, ich war gerade am Bäume abbauen und alles. Wo war das denn nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Scheiße. Ich hätte einfach abhauen sollen. Ich sterbe einfach zu oft. Oh, oh. Na, komm. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, Manu. Ich glaube, hier bin ich total falsch. Ach, ich könnte platzen. Ich glaube, für ein Boot habe ich jetzt nicht mehr genug Dingsbombs, oder? Äh, was habe ich denn hier? Eichen. Komm, ich hole mir mal einen Kaktus hier mit. Hä? So, jetzt bin ich hier wieder gespawnt. Oh, ich. Ja. Bin ich jetzt wegen dem einen Kaktus kaputt gegangen, oder was? Hund. Gerade gucken hier. Wenn ich doch hier gespawnt bin, dann müsste ich auch irgendwo hier. Mal gucken hier. Ob ich doch nochmal hier mein Dings finde. Also, diese Folge, die ist echt zum Kotzen. Okay, hier ist nix. Gehen wir mal hier entlang. Gehen wir mal hier runter. Ich glaube, hier waren wir doch eben, oder? Ja. Pff. Super. Ach, ich könnte platzen. Ich schwöre. Jetzt habe ich einen Kaktus abgebaut und sterbe dabei. Was ist das denn für eine Rotze? Wir gehen mal hier entlang. Jetzt habe ich schon wieder alles verloren. Und ich kann nix abbauen. Ach. Und es wird wieder dunkel. Ich fahre es uns nicht. Und das haben wir doch hier vorhin gesehen, gell? Von beidem. Das Heile. Das lassen wir mal. Ich brauche jetzt irgendwie, wo ich mich schnell eingraben kann. Am besten erstmal schnell Holz hier. Ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Bin irgendwie nicht richtig bei der Sache. So, irgendwo konnte man sich doch hier ein... Ist das hier eine Höhle, oder was? Oh. Nicht gut. Ne, hier ist nicht gut. Oh, nein. Komm, geht kaputt. Jawohl. So, hier ist zu. Dann machen wir hier auch noch zu. So. Äh, jo. Super. Ich könnte platzen. So, viermal. Jawohl. Und nochmal eine Werkbank. Nein, 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 nein. Ach. Ich könnte platzen. So. Ach, Sticks hier. Dann machen wir hier nochmal so. So, wir brauchen das hier erstmal. Ich sehe hier eigentlich gar nichts. Dunkel, dunkel ist gut munkeln. Ich sehe nur Stein, aber mehr sehe ich aber auch nicht hier. Ich hätte gedacht, dass ich hier vielleicht Kohle finde. Alter, was ist das hier? Wenn eine Kohle hätten, könnten wir uns wenigstens Fackeln machen. Ich sehe hier gar nichts. Dunkel ist gut munkeln hier, echt. Da, da sehe ich da was, oder? Oh, oh, äh, nicht gut. Das war doch eben die Höhle hier, oder? Oder was es war? Hier kommt ja keiner durch, oder? Nur ein kleines Loch hier. Dämmt. So, hier ist meine Dings. Machen wir hier rum. Erstes mal an Holz abbauen. Geht kaputt. Dann will man einen Kaktus abbauen und stirbt dabei. Das ist echt der Hammer. Ach, hier ist Kupfer, sehe ich gerade. Okay. Den lassen wir aber erstmal. Ich sehe hier 0, nix. Das hier will ich lieber nicht abbauen. Ich sehe aber auch hier nix, ob da welche sind. Da ist Kupfer, äh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich weiß nicht, wie ich das hier jetzt abbau. Ah. Ich bräuchte nur eine Fackel. Wer ist denn noch so lost in Minecraft wie ich? Nein. Kann ich mir noch eine machen? Jawohl. Sehr schön. Jetzt geht es sogar noch ein bisschen schneller, weil es aus Stein ist. Wird es ja nicht mal bald hell. Das ist ja echt. Die Nacht finde ich manchmal länger wie der Tag. Glaubt euch das ja auch vor? Ich glaube, ein Tag geht doch, glaube ich, so fünf Minuten oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht weiß das einer von euch. Ich sehe hier nix. Ich sehe 0,0 Kohle. Ich muss aber auch aufpassen, wo ich grabe. Nicht, dass ich hier auf einmal frei mache und dann kommen die ganzen Monster rein. Ich habe noch nicht mal Glück, irgendwie hier Kohle zu finden. Echt bitte. Ach, Mann. Werd doch mal hell. Oh, ich glaube, so langsam wird es hell. Ich höre aber hier nix. Gibt es hier vielleicht doch nix? Komm, ich habe ja Erde. Ich komme hier immerhin nochmal wieder. Oh, oh, oh. Aber das ist da drüben, sehe ich gerade. Ich habe keinen Bock, dass ich mich hier wieder irgendwie... Okay. Schon mal gut. Oh, 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 oh. Oh, falle ich hier auch noch runter. Komm, eine Kohle habe ich. Das noch. Ich höre ich auch mit. Bloß nicht so viel bewegen hier. Oh, yeah. Das ist mir nicht geheuer, das hier. Äh, jo. So. Jetzt können wir uns Fäckeln machen. Endlich. So, ich will mal gucken, was hier überhaupt alles... Was ich gegraben habe in der Nacht. Okay, naja. Da unten würde ich mal gerne wissen, was da ist. Ups. Hä? Oh, okay. Aber wir können hier wieder Kohle scheveln. Schon mal gut. Ich dachte hier wäre ein Monster oder irgendwas. Oder eine Riesenhöhle. Aber doch nicht. Ach, bitter, bitter, bitter. Jetzt gehen wir mal gleich schnell ein bisschen Holz hacken. So, der Ausgang war da hinten. Holen wir die Fackel wieder mit. Das hole ich mir auch noch mit hier. Mensch und Mensch und Mensch. Könnte eine längere Folge werden, ja? Aber heute ist ja Samstag, also... Egal. Wer es nicht gucken will, braucht es nicht zu gucken. Perfekt. So, hier wieder hoch. Hol ich meine Werkbank wieder mit. Und die zwei Dinger hier. Ah, ich habe die Dings vergessen, gell? Das war scheißegal, aber... Ja. So. Da hinten die noch. Also hier hatte ich schon mal nicht das noch, aber... Ach. Scheiß drauf. Ach, wartet mal. Kann ich mir noch eine Axt machen? Bevor ich sie abbau hier. So, Axt. Perfekt. Äh. Äh. So, direkt mal hier. Bäume abbauen. Ich muss mal ein bisschen besser aufpassen. Äh, ich... Ich habe echt gedacht, äh, äh... Dings tun allem nix. Also ich... Die stechen ja, die, äh, Kaktusse, aber... Dass man direkt getötet wird hier, das ist echt, äh, lächerlich. Naja, egal. So wird halt die Folge länger. Mir macht ja auch Minecraft Spaß, auch wenn ich öfters verlie... Äh, äh, sterbe. Wollte ich jetzt echt verlieren, sagen. Eben. So, schön gut viel Holz machen hier. So, wo sind wir dann hier jetzt? Aaaaaaar. Ich will hier raus. Hm. So, schön viel Holz mitnehmen. Ihr dürft mich auch gerne auslachen. Wie ich hier spiele. Einfach mal so verlieren. Äh, äh, du sagst ja mal verlieren. Sterbe. Naja. Gibt Schlimmeres, denke ich mal. Äh, dass man nicht irgendwie, äh, wenn das Spiel gespeichert ist, nochmal da anfangen kann, wo man zuletzt aufgehört hat. Und, äh, das macht's ja auch, aber wenn man jetzt hier stirbt, weiß ich auch nicht. Boah. Ich wollte hier drauf, so. So, jetzt gucken wir mal gleich, dass wir Schafe finden. So, aber erst brauche ich mal eine, eine Orkst. So, mache ich hier mal. Zack. Die ganzen Steine hier hoch. Das ist Holz. Das ist Erde. Kupfer haben wir hier noch. Cola haben wir auch genug. So, okay. Äh, da hin. Machen wir die Schwert. Zack. Ach, wartet mal. Äh. Das ist mir zu weit weg hier. Die können hier ruhig bleiben. Ich will das immer hier so, so schnell wie möglich auswählen können. So, gehen wir mal auf Suche nach Schafen schnell. Oder irgendwas zu essen, auf jeden Fall. So, also hier sehe ich schon mal. Da hinten bewegt sich was. Oh, das ist nur ein Huhn. Ich wünsche, ich wäre ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Und ein Wolf. So. Ey. Hm. Wo haben wir denn hier Tierchen? Oh, oh, oh. Okay. Nee. Ich wäre auch noch so doll und würde rennen, durchrennen und dann reinfallen. So wäre ich auch noch. So. Schauen wir mal. Hier sehe ich gar nichts. Was sind denn die ganzen Tiere? Ich glaube, die haben Angst vorm Stürmi. Ich sehe hier aber auch echt gar nichts. Kein Tier weit und breit. Gehen wir mal hier entlang. Dschungel, 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 Dschungel ist es ja nicht. Hier ist echt überhaupt nichts merkwürdig. Wartet mal. Das ist optimal, das hier. Dschungel, 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 D wo seid ihr es gibt es doch nicht verstecken die sich vor mir hallo es gibt es doch nicht da ist schon mal was aber es ist kein schaf hühner hühner massik an hühner hier ist schon wieder irgendwas ich gehe hier hoch ist ja nicht es ist doch nicht war hier oder hier ist eine kuh das ist gut hat verstehen tut mir leid kuh es fängt noch an zu regnen ja läuft heute aber immer noch keine schwein schafe ich sehe was ich sehe was sehr nice nur eins eine ader oder eine kleine ader sehr nice ja hier hoch hier aber auch gar nichts keine schafe hier haben keinen bock auf mich oder wie das aussieht hier guckt euch das mal an wenn es regnet ist doch nicht wahr oder ich habe ich alle verkrümelt wenn es noch eine kuh dann haben wir hier noch hühner hier ist noch aber keine schafe das ist doch nicht wahr ich brauche nur drei schafe also nee na es wird wieder dunkel na so mache ich jetzt so wo habe ich meine erde ist da na so wollte ich es jetzt eigentlich nicht aber egal keine schafe gefunden das ist ja echt aber ich habe jetzt gleich eine stunde aufnahmezeit natürlich blöd da drin zweimal gestorben keine schafe gefunden tja tja spotten wir schon wieder hier in der nacht rum ok zack und neue spitzhacke zack kann es weitergehen vielleicht finden wir irgendwas keine ahnung ich weiß zwar nicht was ich hier tue ich könnte mal was machen wartet mal bruchstein ein öfchen ich will eine pizza reinschmeißen so kohle und das hier falls ich hunger bekomme ja mal hier lang nur aufpassen dass ich nicht irgendwo durchgehe aus dem berg die musik die schon irgendwie beruhigend einfach ein bisschen buddeln ausgucken kann ich ja nicht es ist noch dunkel es ist noch dunkel also dieser folge ging ja alles schief ich weiß zwar nicht warum ich jetzt hier grabe wahrscheinlich aus langweile aber naja was soll's ach je ich will das mir hier raus leder braucht erstmal nicht wir könnten theoretisch mal hier das eisen wie sieht's aus ist immer noch dunkel 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 ich habe hier noch also mich hier findet man ja auch gar nichts keine kohle kann eisen neues rezept na schön na schön interessiert mich nicht die nächste ach man einfach kacke das eine war mal richtig lächerlich das gegen den skelett kann man mal verlieren aber gegen kaktus ach ne lächerlich lächerlich ach man das regnet hier so viel wie bei uns daheim hier letzten tage nur regnen keine ahnung warum ich jetzt so weiter buddel aber egal egal buddel buddel aus langweiler eine höhle buddel ah ist oh hier so offen sehe ich gerade aber es wird hell warum ist hier offen tag laufende tür hier oder was kommen wir hier einmal so ein ding hin zack dann kann ich wenigstens rausgucken ob die hell es ist so ok äh zack die fackeln wieder mitnehmen ich wag mich jetzt raus mal das schwert in die hand nehmen oder unnüssen nein papier stich vielleicht finde ich ja aus zufall jetzt wieder ach endlich ja ich glaube nicht aus zufall jetzt wieder hier mal ein bett finden oder irgendwie sowas aber schafe finde ich auch keine keine ahnung was mit denen ist die mich riechen ich weiß nicht so ich denke mal das war es auch gleich ich habe jetzt über eine stunde jetzt sind wir doch wieder da da ist die höhle wo wir für ihn ausgekrammen haben ach willst du mich verarschen ach ne man findet hier aber echt keine tiere oder merkwürdig das ist echt merkwürdig noch nie dass ich das schon mal gar keine tiere gefunden habe also schafe meine ich oh schweine tut mir leid so ich habe wenigstens mal irgendwie mein zeugs wieder finden würde aber ich glaube das kann ich vergessen ich weiß auch nicht mal wo ich lang gelaufen bin also mein bett steht so da sind schon mal pferde aber das erinnert mich doch irgendwie okay aber nicht in der ersten folge auch pferde gesehen sondern sind wir doch hier glaube ich durch oder oder wir sind hier lang gelaufen genau jetzt erinnere ich mich habe ich habe mir doch hier noch was abgebaut bisschen erinnert mich dass ich muss jetzt aufpassen dass ich hier keine kaktusse könnte manchmal mitnehmen ja irgendwie erinnert mich das aber wo sind wir dann lange laufen ich weiß nicht oh ja ruhig mal auch mal mit ruhig mal auch mal mit ruhig mal auch mal mit alles mitnehmen perfekt irgendwie erinnert mich das hier ich weiß nur nicht mal wo mir lang gelaufen sind dahinten ist eine kuh sind wir hier hochgelaufen ich brauche es ist eine gute frage oder guck mal da das arme schaf tut mir echt leid aber ich brauche drei habe ich jetzt die wolle ja ich brauche noch zwei ich brauche noch zwei wolle kommt jetzt ihr tierchen ich weiß echt nicht mal wo wir lang gelaufen sind ist da noch ein schaf hätte sich nicht bemerkbar gemacht hätte ich dich nicht gesehen und eins noch eins noch so das hätte ich schon mal aber mir kam das hier eigentlich richtig bekannt vor vielleicht sind wir wieder auf der da nicht lang ich kann mir jetzt nicht das video angucken ich dachte ich werde jetzt runter fliegen ich sehe nichts hier ach alles scheiße nicht genug tiere hier gar nichts aber jetzt kommen die schafe ich glaube es nicht ich weiß nicht mehr jetzt sind sie da die schafe okay der berg hier kommt mir nicht bekannt vor oder nope dann waren wir woanders lang gelaufen ich weiß es nicht mehr ich glaube ich baue mir schnell ein bett wo habe ich überhaupt ich wollte gerade sagen wo habe ich dann mein tischi leiden zack zack ich hätte gerne ein bett wo ist es denn ach muss ich erstmal hier so zack muss doch hier sein oder ne da sag mal im bett endlich was ich mir nochmal nur einmal auf jeden fall wie viel eisen haben wir denn noch zwei ich hätte gerne noch wo ist sie denn da eisen finden wir auf jeden fall noch so wieder einstiegspunkt gesetzt so jetzt habe ich es aber so es war eine ziemlich lange folge ich hoffe das macht nichts also ich werde noch ein bisschen dran schneiden aber könnte genauso lang sein wie ich es hier aufgenommen habe vielleicht haut rein lacht mich aus und schöne ostertage ciao tschau 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 tschau